aufnehmen moin leute was geht mein name ist youtube games com auf der playstation 4 und willkommen wieder zu einem dual heute dual commentary von gta 5 heute mit lauer und mit milch video endlich mal zu dritt hoff das macht uns richtig bock ja jetzt bin ich das erste mal auch dabei wenn wir alle gemeinsam zocken ja ja würde ich mal sagen bereit zum spielen und legen wir mal los ja so stoppen was ich genau im rennen oder im rennen oder so keine ahnung hoffentlich mit ihr wisst ihr wie man posten nee wie was also da war ja da war ja einfach ach scheiße ich bin da ganz hinten l3 oder was mit dingen nein mann jetzt muss mich konzentrieren hier alle ich will nicht wieder der letzte sein hier habe ich echt keinen bock mach mal was ist das für eine scheiße man das ist ja eine rampe alter ich dachte dass das ist ja mal richtig rotz aller richtiger rotz hier alter welcher lauf hat nicht gezählt ich werde auch der schoss ich will ja ich schaff es nicht nicht ich bin ich bin ja ich bin ja ich fliege immer noch was das für ein mist jetzt liege ich auf dem rücken hier echt ich habe gerade lauer zu ja ich bin glaube ich nicht der letzte oder ich hoffe mal nicht so schauen wir mal das kleine rennen das war überhaupt kein rennen das wäre ja so ein stunt oder was war das ja eher so ein stunt rennen ja aber immerhin so wer ist jetzt noch da der lauer komm lauer ach was du hast es gleich geschafft ja ja wohl ich bin nicht beendet nein kleines video machen wir noch mal jetzt geht's doch sieger noch mal rennen gleich gleich hinterher packen noch eins ja pack mal noch eins hinterher es war ja relativ kurz das video ja und milch gewinnt king junger oder irgendwas jungen 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 gefällt gut ja machen wir mal ein like hier so weiter aber immerhin wird der platz der platz macht doch auch ein like also wieder und wiederholung oder nehmen ja wir haben genau kopf runter so jetzt geht's ab also fang gleich an ja fangen wir gleich an hier so lang drin 1 6,18 ok das heißt landet zum behalte nichts wie man sieht nichts ruft mich grad der auto skype an hier begrüße ich ihn im video ja macht das grüße im youtube video ja ich nehm grad youtube video auf moin moin stetigen ja youtube video haltet also tschau du lau ja tschau oh schwarzes bild scheiße mein live stream spackt sorry kript 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 tv ich mach ja grad einen live stream noch leute und ähm irgendwie stimmt da irgendwas nicht bei mir da ist ein schwarzes bild und so naja so jetzt geht es los hier 3 1 ja automann das ist doch der letzte rotz das ding ehrlich ist so ein schrott auto ich bin explodiert ich habe kein bleiben wo ich bin jetzt habe ich mir wieder eine kleine übersicht hier ich auch ich muss erst mal das regt einem auf ihr aller das gibt es nicht hier erster platz erster platz neil ich blick gerade gar nichts mehr wo ich bin ich auch nicht dieses auto ist der letzte rotz ehrlich boah man das auto werde ich mir nicht kaufen also steht immer fest hier so das auto ist ja nicht schlecht aber nach der ramfe das macht was es will das auto da ist es da ist die rampe vorhin war es besser wo das anders ja ich werde wieder erst was nein ich das gibt es nicht was ist los kacke man was mit ihr ausgestiegen ohr aber man kann schießen man kann schießen man kann schießen man kann schießen jährlich ja scheiße ist das hier ich bin im ziel jungs ja wer fährt da noch das bin ich noch ich versuche es jetzt noch einmal das letzte mal ja backflip backflip oh das bringt doch raus ha 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 sogar mit Fallschirm noch lauf ins ziel oder flieg ins ziel was weiß ich ich glaube das spiel geht automatisch gleich aus ende des rennens in 0 sekunden das war es jetzt gucken wir uns noch die siegerehrung an würde ich sagen hat auf jeden fall richtig spaß gemacht heute ja bis zum nächsten mal also haut rein ich sag auch ciao haut rein euer paladun ciao mach's gut